Dann kann man schon mal ausrechnen, was man jetzt macht. Schergrad ab 65, Netherstorm ab 67, Nagrad ab 64 war es gewesen. Ah, Terrorcover ab 62 eigentlich, Schattenbundtal auch ab 67. Oh, jetzt habe ich mir eigentlich gedacht, dass man Höllenfeuerhalbinsel, Zangamarschwälder, Nagrand, Schergrad und dann sucht man sich aus, ob Netherstorm oder Schatten hoch, äh, Mondland. Aber ja, dann macht man eigentlich schon mal rein. Traurig. Schade. Ich habe eigentlich wenig Quälschchen nur gemacht da. Schön, wie weit so. Ich muss mal was zu trinken holen. Jo. So, wie wollte ich wieder was zu trinken und nachher drückt die Blase wieder, dann ist das Geschrei wieder groß. Das ist für meine Mama, oder? Ja, ich lebe mich hier. Vielen Dank. Vielen Dank. So, ich hab mal die Uhr gestoppt, wie das mit der Erfahrung aussieht bei Quests. Ich würde sagen, wir machen hier, solange die Dichte noch gut ist, gehen dann nach Nagrand machen ein paar und bis 67. Dann Schattenhochland, nee, Schattenbunter. Und dann noch kurz Netherstorm, sodass alle Gebiete mal gesehen wurden. Und dann geht's auch schon in die, nicht in die Schermwelt, so in Nordend. Was nehmen wir? Heulenden Fjord oder Tundra? Ja, müssen doch eh beides sein. Das stimmt. So, was mit der Crowdkontor gewesen? Das Thema war schon abgeschlossen. Man braucht's nicht mehr, es wird nicht mehr benutzt, weil man's nicht mehr braucht. Bis zum Beginn von Qatar brauchte man das ja noch. Man hat ja nicht so gute Skier, man konnte die Indies nicht so ganz genau einschätzen. Das ist jetzt wieder Face-Roll angesagt. Jedenfalls in den unteren Indies ist jetzt Face-Roll angesagt. Ja, für die Ruhe gibt's da jetzt eine, zwei. Naja, aber das ist schon besser gelungen als sonst. Das ist die Schwierigkeit angeht. 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 Verlösen Francois, das ist die Schwierigkeit angeht. Das ist die Schwierigkeit angeht. Da sind die Quests aber nicht. Das ist aber Fake. Sogar Drei! Das ist doch kein Fake gewesen! Ich fange jetzt erst damit an. Ich muss noch ein paar Luxe töten. Dann gibt man die Federn da oben ab. Das Feuerquests machen wir gleich gemeinsam. Okay. 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 und reingeraten so ne map guck mal im gang nach so ne patrouille mit dem alten screw wäre das nicht passiert die krieger machen auch kein damage es ist ja so ja wofür lebt die scooby wieder zwischen den vorn ich komme dir zur Hilfe jetzt schon vorbei scooby ja was zu essen hat nein ja wo ist denn scooby da oder selbst wenn du darauf angewiesen bist das ist die erklärung könnte ich so nicht ja okay wir müssen noch viele 16 komm wir gehen hier aber ja oder keiner von den typen hier in der nähe droppt das droben die alle bei mir wird das nicht so angezeigt bei mir wird das nicht so angezeigt machen sie aber verdauern bug fix it please better feature i call it bug it's a bug it's a bug it's a bug it's a bug question mark ff süßen rätsel oder ne oder nein stehen bleiben töte ihn scooby so jetzt habe ich dir irgendwas ausgelöst Oh man, ich hab's da hinten nicht mit Absicht gemacht. Ah, das machen sie, wenn sie sterben, dann rufen sie so ein Ding dazu. Das heißt, wenn man sie nicht tötet, rufen die auch kein Ding auf. Ach, oder wenn man so schnell tötet. Hast die auch alle eingesammelt? Drüben war nur in dem einen, vielen anderen. Hätt die drei hast du doch nicht eingesammelt. Du bist ja. Oh, hallo! Die sind ja unnast wahrscheinlich noch nicht. Aber schon. Das war's für heute. So, bei mir liegen nach zwei.